Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Guten Tag auch von mir, hier ist der Erik. Ich grüße alle HörerInnen. Im Namen aller HörerInnen wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke, danke. Ich war schon draußen heute. Wow. Schönes Wetter, aber vorhin sehr angenehm. Nachher wird es sehr warm, denke ich. Da kann man das nicht mehr so schön. Ja, wir haben Filme mitgebracht. Und zwar heute zwei Sneak Previews. Wow. Zwei Sneak Previews. Das ist lange her, dass wir zwei Sneak Previews in einer Sendung besprechen konnten. lag an dem Kinofest, was es jetzt gab an dem Wochenende. Heißt, wenn ihr jetzt die Folge hört, die erscheint ja am Sonntag. Wenn ich das alles schaffe mit dem Mastering und allem nachher, dann erscheint die nachher rechtzeitig noch. Das heißt, wenn ihr die Folge hört und hört, äh, Kinofest, was ist das? Und dann könnt ihr nicht. Habt aber noch die Chance. Genau. Dann habt ihr tatsächlich heute noch die Chance, das Kinofest, bundesweit ist das, das hat nichts hier mit Stuttgart zu tun. Bundesweites Kinofest, jeder Film nur fünf Euro im Kino. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, den Barbie-Film wollte ich noch gucken oder Oppenheimer oder Gran Turismo oder was weiß ich, was da noch so hier, ähm, den neuen Eberhofer Krimi. Ja, könnt ihr alles jetzt nachholen für nur fünf Euro. Wann hat man das schon am Wochenende? Das sind Preise. Und als Riesentipp vielleicht an der Seite auch noch, die Säle sind alle klimatisiert. Das kommt noch dazu, genau. Kriegt man keinen Sonnenbrand. Das sind Preise, tja, wie zu Ostzeiten, also da fünf Euro, nicht immer. Für die Älteren unter euch. Preise wie früher. Nee, bei uns hat das Kino immer 25 Pfennig gekostet in der DDR. Und manchmal, wenn er eine Überlänge hatte, muss es noch mal irgendwie, ich glaube, 15 Pfennig nochmal mehr bezahlen. Ja. Daran erkennt man, wie alt der Erik ist. Ja, schon sehr alt, genau. Und die Pfennig war nicht bezogen auf D-Mark, sondern auf Reichsmark. Reust-Pfennig. Alu-Chips. Ja, also kommen wir mal zu den Filmen, die wir gesehen haben. Wir hatten in der Sneak Preview Retribution mit Liam Neeson, genau, Retribution Doppelpunkt, The Pils-Groger-Files. Nee, heißt nur Retribution und ist quasi ein weiteres Remake des spanischen Films Anrufe unbekannt. Und da gab es schon mal vor ein paar Jahren ein deutsches Remake mit Wotan Wilke-Möhring. Das hieß Steig nicht aus. Also auch immer so mit Punkten dahinter und Ausrufezeichen. Hatten wir auch in der Sneak gehabt. Deswegen hatten viele so ein bisschen Déjà-vu. Haben gedacht, hä, kenn ich schon. Was haben wir noch aus der gestrigen Sneak, wo nur der Chris war? Catch the Killer. Neue Tobis-Produktion. Ich habe eine Rezensionsdisk zu besprechen. Den habe ich hier, die habe ich mit meinem Kleinen geguckt. Nämlich die Überflieger 2. Irgendwas war noch mit einem Juwel. Das lese ich bis nachher noch nach, was da mit dem Juwel war. Das war so ein Zusatztitel noch. Irgendwie die Jagd nach dem Juwel oder so. Ja, dann reden wir mal noch über die neue Folge Ahsoka. Natürlich mit Spoiler-Tag dann. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Fangen wir mal an mit Retribution. Ist wirklich werkgetreu mehr oder weniger dasselbe wie Steig nicht aus, falls den schon mal jemand gesehen hat. Ich glaube nur, das Ende war ein bisschen anders gemacht. Aber ansonsten war es genau das Gleiche. Wer den schon gesehen hat, weiß, worum es geht. Nämlich hier im Film spielt die Rolle von Wotan Wilke-Möhring, Liam Neeson. Und der ist halt zu Hause, will sich irgendwie fertig machen, ist irgendwie Investmentbanker oder so. Die machen so eigene Fondverwaltungen. Das spielt komischerweise auch in Berlin. Also die haben wirklich sogar das Setting von Steig nicht ausgenommen. Wahrscheinlich auch, weil es eine europäische Produktion ist. Retribution und Studio Babelsberg und so. Und ja, er steigt ins Auto ein, bekommt von seiner Frau noch aufgedrückt, dass er sich heute endlich mal auch um die Kinder kümmern soll, dass er die mal mitnehmen soll, wenigstens in die Schule fahren. Er hat dann seine zwei Kinder hinten drin. Der Sohn ist schon irgendwie Teenager und die Tochter ist noch ein bisschen kleiner. Und er kriegt dann irgendwann, als das Auto startet, sind schon irgendwie komische Fehlermeldungen im Bordcomputer. Und er fährt dann los. Und dann bekommt er irgendwann, klingelt es irgendwo, denkt, was ist denn jetzt los? Und findet dann ein Telefon in diesem Mittelarmlehnen-Ablagefach und geht dann ran. Und da ist jemand dran, der sagt erst mal hier, ja, sie hören mir erst mal zu hier. Ich habe jetzt hier das Sagen. Und da ist eine Bombe im Auto. Oder sagt er das schon? Weiß gar nicht. Am Anfang, glaube ich, noch nicht. Am Anfang noch nicht. Liam Niesen legt dann erst mal auf, weil irgendwie die Stimme sagt dann so, ja, ich werde dafür sorgen, wenn sie nicht tun, was ich sage, dann wird was passieren und so. Dann legt er erst mal auf und dann ruft er aber nochmal an und dann nimmt Liam Niesen dann mal sein anderes Telefon und macht mal den Kameramodus an und fotografiert mal unter seinen Sitz und findet da tatsächlich so eine selbstgebaute Bombe unter dem Sitz mit allem möglichen Equipment da dran. Und der Anrufer sagt dann halt auch, dass auch unter den Rücksitzen so Drucksensoren sind. Das heißt, wenn irgendjemand aufsteht aus dem Auto, geht das automatisch los. oder wenn der nicht macht, was er sagt, dann wird das auch ferngezündet und so. Und da ist er halt in dieser Bredouille. Und was will denn der Anrufer? Er will Geld. Und offensichtlich hat dieser Investmentbanker, der in der letzten Zeit oder diese Firma, die Vermögen verwaltet von anderen, die haben wohl ein bisschen Minus gemacht für die meisten ihrer Kunden. Ein bisschen Minus ist gut formuliert. Wir kennen jetzt nicht die Relation, ob das jetzt 1% vom Vermögen war oder ob das jetzt 80% vom Vermögen waren. Ich glaube eher Zweiteres oder sogar mehr. Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil die wirkten doch relativ entspannt noch. Ja, die, weil die hatten ja Geld. Ich meine jetzt dem einen, den uns zum Beispiel verklingeln muss, dass er ja jetzt Verlust gemacht hat, dass er aber auch sein Geld drin lassen soll im Fonds. Und da wird irgendwie gesagt, er hat irgendwie 3 Millionen Minus gemacht. Jetzt ist halt die Frage, von wie viel. Ob das jetzt, sag mal, wenn man so in Fonds investiert, geht das immer mal ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter und so weiter. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie viel das jetzt war. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat aber diese Firma speziell er zusammen mit noch jemand anders, die haben noch ein bisschen Geld beiseite geschafft und das will der eigentlich haben, dieser Anrufer. Der hat auch genaue Kenntnisse und es sind wohl auch schon vorher in Berlin ein paar solche Autos explodiert. Man sieht das dann auch im Nachrichten, da läuft überall Deutsche Welle TV auf allen Bildschirmen, riesige Bildschirme am Potsdamer Platz. Riesig in Berlin, mitten auch. Genau, und da sieht man schon, okay, die Bedrohung ist real, da gibt es offensichtlich was und ja, dann kommt natürlich auch irgendwie noch die Polizei ins Spiel, weil die denken dann, er hat da was mit zu tun, weil er natürlich, ja, er hat jetzt gerade die Kinder entführt und ach, das ist ein ganz komisches Ding, ganz komische Gemengelage und ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt gebraucht hat, dass wir das Remake jetzt auch nochmal in der Sneak sehen, obwohl es sind ja vielleicht einige in der Sneak gewesen, die den anderen Film damals nicht geschaut haben, 2015 war der schon, hatte ich nachgeschaut. Echt, 2008 Jahre? Ja, warte mal, lass mal nachgucken, ich habe es ja hier, glaube ich, gepostet. Es war unsere Episode 505 vom Kinocast. Oh Holla. Steigt nicht aus. Am 18.02.2018, Entschuldigung, nee, war nicht 2015, es ist 2018, 2018, aber fünf Jahre her. Ja, fünf Jahre ist auch. Auch schon ein schönes Brett irgendwie. Genau, am 18.02.2018 haben wir aufgenommen, das heißt, es muss dann irgendwie Anfang der Woche gewesen sein. Haben wir auch noch besprochen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Girl on the Train, Visions und Correteral Beauty. Naja, damals hattest du sieben von zehn gegeben, ich auch sieben von zehn, beim deutschen Film, weil für mich war der irgendwie neu, hat sich frisch angefühlt, Woltheim Wilke Möhring hat das ganz gut gespielt, diesen, ja, leicht überwarten, und wenn ich mich richtig erinnere, war Woltheim Wilke Möhring auch nicht so ein, so ein schmieriger Investmentbanker oder so? Mh, doch. Ich glaube, der war eher so ein normaler Banker irgendwo, der irgendwie Wissen hatte oder irgendwas war da und die wollten an sein eigenes Erspartes irgendwie ran oder sowas. Es war nicht so ein ganz komisches Ding, glaube ich. Ach, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch mal gucken. Ja. Wie fandest du so? Ja, also ich habe gerade noch mal nachgelesen, irgendwie hohes Lösegeld soll er bezahlen und der hat sich aber schon von seiner Frau getrennt. Ach, stimmt, genau. Der, ja, der soll halt bloß an dem Tag dann die Kinder mal übernehmen, was dann auch noch so brisant ist, weil die Frau, damals gespielt von Hannah Herzsprung, die soll halt dann für ihn ja auch ein paar Sachen übernehmen und da muss er sie halt wirklich erst mal überreden. Und dadurch, dass sie schon getrennt waren, war natürlich die Annahme der Polizei, dass er jetzt die Kinder entführen will und damit irgendwas komisches vorhat. Projektentwickler war der. Ja, genau. Da ging es doch irgendwie. War gar kein Banker. Ja, okay. Oh, Fari Adem war auch dabei. Und Christiane Paul. Hat doch irgendjemanden beleidigt, oder? Ja, aber ansonsten war es halt was, was wir schon mal gesehen haben, ne? Nur gefühlt, gefühlt ein bisschen lieblos gemacht. Ja, lieblos trifft es ganz gut. Also gerade das Drehbuch, das war wirklich lausig. Irgendwie, man hat ja nun wirklich genügend Vorlagen. Man hat den spanischen Film, wo man sich orientieren kann. Man hat den Film und es gibt bestimmt noch andere Remakes in anderen Ländern. Und gerade das Drehbuch, gerade diese Polizistin. Weißt du? Und einer hat es auf IMDb irgendwo geschrieben. Dieser Film, also der neue jetzt, handelt eigentlich konsequent davon, dass irgendwelche Personen anderen Personen einfach nicht zuhören. Ja, es ist immer, Liam Neeson fragt sich mal so, ja, wie jetzt, was jetzt, hä, was? Und weißt du, der Anrufer erklärt alles und dann erklärt es nochmal, so nach dem Motto, ja, damit es auch der letzte doofe Zuschauer noch begreift. Genauso, die Polizistin tritt an das Auto ran, redet mit ihm, sagt, hier, hören Sie mal auf, hier die Kinder zu entführen, lassen Sie die frei. Die Kinder sagen beide von hinten, er hat uns nicht entführt. Da ist jemand hier dran am Telefon, so, und die sagt dann so, nee, jetzt haltet mal Ruhe da hinten, ich muss jetzt hier mit ihm reden. Da reden wir später drüber, das ist jetzt hier nicht der Zeitpunkt. Also, lauter solche dämlichen Facepalm, also, wo ich gesagt, hä? Und das hat es echt ganz gut getroffen, dieses kurze Ding von, ja, dieser Film handelt eigentlich nur davon, wie Personen einander nicht zuhören. Ja, komplett. Und halt teilweise, ich fand es so lieblos synchronisiert auch, also es ist so richtig lausig synchronisiert, so, okay, ja, oh, ihr müsst mir vertrauen, oh, ihr müsst mir vertrauen, Kinder, ihr müsst mir vertrauen, Kinder, ihr müsst mir frei vertrauen, ich brauche euer Vertrauen, Kinder, ey, ihr müsst mir jetzt vertrauen. Digga, also, man kann es vielleicht auch noch anders schreiben, es war wirklich super anstrengend, und die ganze Synchro von Liam Niesen war furchtbar, von der Polizistin war furchtbar, und die Kids waren so halb nervig, klar, das ist immer schwer, das ist auch immer einer unserer Kritikpunkte, ja, dass die Kinder nervig sind, aber, ey, wirklich mal, das ist wahr, ja, wenn, wenn du ein Remake vom Remake vom Remake machst, äh, dann muss es nicht tatsächlich immer mehr abbauen, also, ich kann mir gut vorstellen, das ist das Original, das ich nicht gesehen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich ein absoluter Überraschungshit war, weswegen man auch die Remakes gemacht hat, und ich fand eigentlich das deutsche Remake, auch so in der Nachbetrachtung, fand ich nicht so schlimm, und ich es nicht so schlecht, einfach weil, weil, Wotan Wilke Möhring, das in meinen Augen auch ganz cool gespielt hat, und dem habe ich es eher abgekauft, ja, dem habe ich es komplett eher abgekauft, wie jetzt, wie jetzt Liam Neeson, äh, und, und das ist einfach, boah, auch, auch die Mutter, ich fand die Mutter so fürchterlich anstrengend, oh, ja, sie ist da und da, oh, wie erreicht die, also, das ist ja auch kompletter Bullshit, also, ganz ehrlich, rufst du beim Anwalt an, äh, und lässt sich mit deiner Frau verbinden, ne, die ist nicht da, doch, okay, hier ist sie, was, so ein Quark, aber, ja, hat mich echt geärgert, ärgert mich immer noch. Ja, da war so viel, so viel falsch bei dem Film, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß nicht, sie haben ja wirklich die, die Vorlagen eigentlich gehabt, und hätten das wirklich dann, dementsprechend nochmal umsetzen können, also, selbst dann, gut, die Endszene, die kann ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber selbst die war so dämlich, ne, also, da war, die, die Szene, die bei, die Endszene bei, mit Wodan Wilken-Möhring, die war noch, die war zwar auch natürlich ein bisschen drüber, wie halt immer solche, solche Finale Furioso, aber, so dämlich wie hier, war es auf keinen Fall, also, das war ja wirklich, naja, ich fand es halt nur ganz okay, dass sie es ein bisschen aufgefrischt haben, mit irgendwelchen Klima-Demos in Berlin und sowas, und, äh, solche Geschichten, aber, ja, nee, da hätte man wirklich da mehr draus machen können. viel mehr, viel mehr, das ist ja, du hast eigentlich einen relativ guten Schauspieler, und, eigentlich, äh, 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 sichere Bank als, als, äh, Vorlage, und dann kommt halt sowas bei rum, also, ne, 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 einfach, einfach ne, weil, einfach dumm, streckenweise einfach total dämlich. Ja, auch hier dieses, oh ja, komm, ich fotografiere mal unten drunter, oh, oh, schau mal bitte, ist das etwa eine Bombe? Genau, und, und die, wie alt ist sie, die zwölfjährige, oder 13, wie alt war die Tochter? äh, die, die hockt ja auch mehr oder weniger da, und spielt dann im Auto mit ihrem Fußball, um auch mal zu zeigen, ja, guck mal hier, ähm, die spielt Fußball in der Schule. Ja, deswegen rennt sie mit dem Ball raus, voll okay, aber dann im Auto wirft sie den, den Ball gegen die Scheibe die ganze Zeit. Boah, ich wäre ausgetickt. Oh ja, im Auto muss ja gar nicht sein. Nein, aber, aber einfach, äh, einfach so doof. Ja, dann, genau, ich habe gerade die, zufällig diese IMDb-Kritik gefunden, da diesen, äh, diesen Kommentar, äh, wo das auch drin stand, da standen nämlich noch andere Sachen drin, wo ich dachte, ja, der Typ hat vollkommen recht, der das geschrieben hat. Genau, steht auch drin, äh, dass der, 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 der Typ am Telefon, sagt ja die ganze Zeit, dass er Matt, also Liam Neeson beobachtet, ja? Ja. Ja, wie soll das gegangen sein, bitte? Also, ja, das ist ja null, und vor allem, da sind ja dann teilweise, ähm, teilweise sagt er ja dann auch, ja, ich sehe jetzt gerade das, ich sehe jetzt gerade, du machst das, wie, wie? Wie soll das gegangen sein? Völlig, völlig unlogisch. Ähm, also, das ist ja unmöglich. Ja. Dann, genau, hier die, als die, das Interpol oder Europol bei ihm anruft, sagt er denen ja, hey, ich bin hier in einem Auto, da ist eine Bombe drin, und die ignorieren das völlig so, denken, ja, das ist einer, der hat da seine Kinder entführt und plant Böses, aber in den Nachrichten, die ganze Zeit kommt irgendwas von, von, von Bomben in Autos, ja, und die, die nehmen das kein bisschen ernst, ne, also, das laufen doch so dämliche Sachen, ne? Hm. Ja, weiter so dämliche Sachen, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Genau, dann sagt Europol, dass sie ja überhaupt, hat überhaupt jemand, den, den, den Typ am Telefon gehört, außer Liam Neeson, und das war natürlich nicht so, aber er hätte ganz leicht hier, während er das Europol am Telefon hatte, hätte er ja nur sagen müssen, ja, seid mal kurz ruhig, ich, ich mache jetzt hier den, den anderen wieder laut, ne? Ja, auch so, also, ne? Gut, aber er war ja in einer extremen Stresssituation, wir regen uns viel zu sehr über diesen Film auf, gerade kann das sein, es wirkt so. Ich reg mich gar nicht so auf, ich bin da eigentlich, ich bin da ganz gechillt, also auch während des Films, weil ich dachte, als der angefangen hat, und ich wusste erst nicht, was für ein Film da überhaupt kommt, es sah am Anfang ehrlich aus, wie dieser neue Exorzist-Film, so von den Titles, weil das, da kam auch so eine gruselige Musik, die mich leicht an Exorzist erinnert hatte, weil da kommt er jetzt demnächst auch, und das hätte auch gepasst, ja vom Tipp her mit dem Remake oder so, und als das dann kam, wo ich gesehen habe, okay, da habe ich gedacht, okay, mal gucken, ob sie da jetzt die gleichen, gleichen Mechanismen da genommen haben, dann weiß ich ja, wie es funktioniert, und da war ich völlig entspannt, weil ich wusste, ich kannte ja das Ende, wahrscheinlich ist dieser Film auch so ein One-Trick-Pony, den man nur einmal gucken kann, und dann ist man relativ entspannt, und deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr vorhabt, diesen Film zu gucken, schaut nicht diesen Retribute, Fusion mit Liam Neeson, auch wenn der vielleicht von den Namen her, also Matthew Modine war ja auch noch mit dabei, und so, auch wenn der vielleicht von den Namen her, von den Schauspielernamen her, ein bisschen interessanter klingt, und man könnte denken, okay, das ist so ein neuer, Liam Neeson haut allen die Fresse dick Film, aber ist es ja gar nicht, weil hier spielt er nun, entgegen seinen üblichen Rollen, ja irgendwie den kleinen Duckmäuser, der da irgendwie so, oh, Hilfe, hier ist eine Bombe, und so, also da ist ja gar nichts. Bis aufs Ende. Da wurde er richtig badass. aber völlig, völlig komisch besetzt hier, also da, wahrscheinlich war der ja gerade verfügbar in Europa, weil er irgendwelche anderen Filme gedreht hat, hier irgendwelche, wo er im Flugzeug fliegt, und alle, alle aufmöbelt, oder im Zug, oder irgendwas, der ist ja immer in irgendwelchen Transportmitteln, in letzter Zeit, ja. Ja klar, der ist ja auch schon älter. Genau, er muss gefahren werden, demnächst hat er ein Filmrohr im Rollator oder so. Also, ich habe in der Gruppe vier Punkte, ach ja, und Pilz Kroger sollte man mal nicht vergessen. Ja, Pilz Kroger dürfen wir nicht vergessen, er wird die ganze Zeit hier schon gefeiert. Deutsche Namen in diesem Film, ja, also, einer hieß Pilz, wie, nicht wie der Pilz, der im Wald steht, sondern mit einem S, wie das Pilz, was man trinken kann, und mit Nachnamen Kroger, ne, so ein typisch deutscher Name, Pilz Kroger, ja, wer kennt ihn nicht, also anstatt sie einfach, was weiß ich, Thomas Mayer genommen hätten, oder irgendwie Schmidt, oder irgendwas, nee, Pilz Kroger. Pilz Kroger. Alter. Wer kennt ihn nicht, Pilz Kroger? Andere Namen waren noch nicht viel besser. Ich meine, da drehen sie schon in Berlin, da hätten sie einfach gucken können, was weiß ich, wie heißt denn die Bäckerei, wo wir hier gerade drehen, und hätten den Namen genommen, dann nehmen sie Pilz Kroger. Also, das war dann so ein Running Gag bei uns, die ganze Zeit. Komplett. Weil wir konnten den Film eh nicht ernst nehmen, und da haben wir dann Spaß gemacht. Ja, also, tut mir leid für alle, die um uns herum saßen, und da vielleicht genervt waren, aber also, Pilz Kroger war einfach, ich könnte mir fast denken, meine Fresse. Wer den vorhergehenden Film nicht kennt, der fand ihn vielleicht spannend, könnte ich mir fast denken, da. Definitiv. Naja, also mir trotzdem nur vier Punkte. Ja, ich habe tatsächlich, ich hatte ihn lange, auch in unserer Gruppe, hatte ich ihn bei fünf Punkten. Das habe ich korrigiert, weil einfach, ja, so im Nachhinein auch, wenn wir darüber reden, bestätigt das auch, ich bin auch bei vier von zehn Punkten, weil es ist einfach, es ist einfach, nee, so vieles, was überhaupt nicht geht, was überhaupt keine wirkliche Spannung aufbaut. Klar, kommt hinzu, und deswegen sage ich es auch, sind es vier Punkte, weil wir den Film schon kannten. Das ist halt der Nachteil von dem Film, aber trotzdem, nee, 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 fand ich aber auch sehr schön, dass der Gäste dann auf unserer Sneakliste stand. Achso, nochmal, hat noch jemand, das war glaube ich vorher. Ja, aber trotzdem, es war sehr lustig, weil ich hab, ich hab da, ich stand da im Saal, hab das allen erklärt, so, ja, das und das und das und das, das und das, das Filme, die halt noch nicht laufen, bla bla, am Montag hatten wir übrigens Retribution, das merken wir uns mal ganz kurz, weil, Tipp für heute Abend, Retribution, ich auf jeden Fall den Lacher auf meiner Seite, ja, ich möchte mal aus unserer Facebook-Gruppe kurz vorlesen, dieses Remake war leider sehr lustlos und mit einem selten dämlichen Skript, im Memoriam Pilz Kroger. Wer hat das geschrieben? Ich. Ja, oder auch, der war noch schlechter als die deutsche Adaption von 2018. Ja, wobei ich den nicht so schlecht fand, das fand ich echt ganz gut. Ja, ich fand den schlecht, aber okay. wahrscheinlich ist es halt da, wenn du den, vielleicht hat der Manu, der das geschrieben hat, schlechter als die deutsche Adaption, vielleicht hat er das Original gefeiert, so, dann kam die deutsche Adaption, die war vielleicht schon ein bisschen, ja, halt anders, schlechter vielleicht ein bisschen als das Original, was wir beide nicht kennen. Und, genau, und dann weiß es nicht. Jetzt noch weiterer Abstieg, oder jetzt, ja, ey, dann tut mir ja der Manu umso mehr leid, wenn er den Film jetzt schon zum dritten Mal gesehen hat. Ja, 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 So, erzähl mal was zu Catch the Killer von der Samstag Sneak in den Innenstadtkinos. Ja, Samstagabend, 20.30 Uhr, mal in den Innenstadtkinos. Ausnahmsweise nicht im Gloria, ich meine, klar, das Gloria füllt man beim Kinofest mit, mit, mit größeren Produktionen, oder halt mit, mit, äh, sichereren Wetten in dem Fall, und deswegen zogen wir mit der Sneak kurzerhand um ins EM. Ich fand es aber sehr, sehr schön, dass wir uns beim Kinofest, oder dass die Sneak sich beim Kinofest auf jeden Fall, präsentieren durfte. Und der Saal war auch relativ voll, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denke ich. Und es waren tatsächlich Leute da, ähm, Stammhörer, äh, Stammhörer, sag ich schon, Stammzuschauer. Stammzuschauer waren da, äh, neue waren da, ich hab auch gefragt, so, hey, wer ist das erste Mal da, blablabla, und auch mit denen dann so ein bisschen Interaktion betrieben, was, was ganz cool war. Ich fand's eigentlich ganz, ganz art nett, und ich hoffe, es kam auch so ein bisschen rüber, diese etwas, äh, Sneak-familiäre Art. Und dann kam eben der schöne neue Film, äh, Catch the Killer. Ich hab's schon vorweggenommen, schön und neu, ähm, weil mir hat er gefallen. Das kann ich auch schon mal vorweg schieben. Mit, äh, Shailene Woodley in der Hauptrolle, als Eleanor Falco, die eine Streifenpolizistin in Baltimore spielt. Und das Ganze ist an Silvester, und die wird zu, was? Stallone, oder? Hahaha, 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 wir müssen uns langsam wieder eingrooven hier. Ja, ja, und, und, die wird zu einer, ähm, Schießerei gerufen, zu einem, vielmehr, ja, zu, zu einem, zu einem Tatort gerufen, das hieß Streifenpolizistin, wie erwähnt, ähm, wo ein Scharfschütze auf 29 Menschen schießt und 29 Menschen tötet. Sie ist einer der ersten vor Ort, dann explodiert, da, der, da, da, das Apartment, von dem aus geschossen wurde. Natürlich Massenpanik, sie, geistesgegenwärtig zu ihrem Kollegen, hey, nimm dein Handy, film die Leute, film die Leute, wir müssen das alles sehen, müssen gucken, wer da rauskommt, um einfach, vielleicht auch mögliche Tatverdächtigen zu haben. Und wie es eben ist, bei solchen Sachen, das ist dann nicht nur was für die Polizei, sondern dann kommt auch das FBI und die treten auf mit ihrem Chefermittler Lamarck, der wird gespielt von Ben Mendelsohn und, Star Wars, Ja, unter anderem. Und, äh, der schaut dann quasi erstmal die Polizei um sich und seine Leute und sagt, hey, wir müssen da zusammenarbeiten, hey, wir werden den finden und das kann nicht sein. Und, äh, ganz viele rechnen nicht damit, dass wir das schaffen und genau denen werden wir es auch zeigen, dass wir es hinkriegen. Ähm, und der macht sich dann ans Werk und er stellt dann relativ schnell fest, dass eben Eleanor, äh, hier vielleicht einen ganz, ganz anderen Einblick geben kann, in diese ganze Sache, weil Eleanor halt nicht so die typische Polizistin ist in dem Fall. Sie ist eher so ein bisschen mit sich beschäftigt, sehr mit sich beschäftigt und geht einfach Sachen, anders von der Denkweise her an. Hängt auch damit zusammen, dass sie, ähm, eine extreme psychische Vorbelastung hat, was während des Filmes dann auch rauskommt. Ähm, die hat sie unter anderem auch damals die Bewerbung beim FBI gekostet. Sie hat auch keinen College-Abschluss, deswegen sie auch so ein bisschen immer so mehr oder weniger belächelt wird von den Kolleginnen und Vorgesetzten. Ähm, aber, äh, Lamarck beschließt, sie in das kleine Team reinzuholen, um eben ein Profil zu erstellen von dem, ähm, ja, von dem, von dem Scharfschützen, von dem Sniper, der, da, der Meinung war, Menschen wahllos zu töten und warum und wieso und weshalb. Äh, es gibt natürlich bei dem Film dann Zeitdruck, es ist eine Szene zu Beginn, also viele, viele Szenen, die extrem cool und, und stark gefilmt sind. Da gehört es zu, dass sie, äh, das relativ am Anfang, da steht sie an, auch an, an dem explodierten Haus am Rand und, äh, äh, dann wirkt es so, als ob ein Teil abbricht, an dem sie sich anlehnt und runterfliegt und dann wacht sie allerdings auf und dann ist sie nur ohnmächtig geworden, weil es zu viel Stress war. Und das war, hat in ihrem Kopf stattgefunden. Das war eine sehr, sehr starke Szene auch, wie sie nachher in einem Café sitzt und drauf wartet, dass sie quasi an der Reihe ist von den Gesprächen, die, äh, Lamarck da auch noch führt und man sieht die beiden im Hintergrund scharf und, und ihre Bilder an der Wand scharf, man sieht sie scharf, aber hinter ihr, der Hintergrund ist komplett verschwommen. Das sind so, so coole Tricks gewesen, die der Film da macht, die der kameratechnisch gemacht hat, die mir extrem gut gefallen haben, wo man dann auch echt drauf achten konnte. Und wie es halt eben auch bei solchen Ermittlungen, bei so größeren Sachen ist, die Politik spielt auch eine ganz schöne Rolle, weil von außen heißt es dann, ja, wir können die Stadt nicht abriegeln, es ist Feiertag quasi mit Silvester und so, das kann man nicht machen. Mein, mein Governor möchte das nicht, das muss auch anders gehen und das heißt, Lamarck ist, muss diesen, diesen Spagat schaffen zwischen die Politik befrieden oder auch denen ihre Vorgaben erfüllen, äh, den Killer möglichst schnell finden, möglichst klar zu finden und es allen irgendwie recht zu machen. Und FBI intern wird ihm da auch dann in den Kahn gefahren, weil es von einem Kollegen einen Alleingang gibt, der auch wieder Menschenleben kostet. Und es ist, es ist ein, ein vieles, was, was gemanagt werden muss. Aber der Film schafft es, dass das, dieses vieles aufgebaut wird, dass dieses vieles da ist, aber dass dieses vieles nicht unübersichtlich wird, sondern dass es in einer relativ ruhigen und klaren Art präsentiert wird, was natürlich ganz arg viel an Ben Mendelsohn liegt, der einfach auch diese Ausstrahlung dafür hat. Und dann ist eben die Frage, schafft man es, den Täter zu schnappen, das Profil zu erstellen, herauszufinden, wer das ist oder nicht. Und während man da noch dran arbeitet, gibt es eben einen zweiten Amoklauf in einer Mall, der ähnlich tödlich verläuft, auch für Sondereinsatzkräfte, weil eben der Täter, der in dem Fall dasselbe ist, es schafft mit seiner Art, da komplett nicht nur für Unruhe zu sorgen, sondern auch aus den Sachen rauszukommen. Klingt auf jeden Fall wie ein Film, der mir auf jeden Fall gefallen könnte. Also ich habe es zu Kate schon gesagt, heute Morgen auch nochmal, ich habe gesagt, hey, trotz seiner quasi zwei Stunden 1,59 so angegeben, trotz seiner zwei Stunden wirkt er nicht wie ein Zwei-Stunden-Film, weil er zwei Stunden 51? 1,59 Achso, 1,59 Okay, alles klar. Drei Stunden. Ja. Nein, also es wirkt tatsächlich nicht so lang, weil er einfach echt gut, in einem echten guten Tempo erzählt ist. Kate kriegst du mit einem anderen Fakt für den Film, was ich gerade gesehen habe. Da spielt er Shane Lean Woodley die Hauptrolle, die ist ja von Biggered Lies. Ja, klar, das hat sie auch schon gesagt. Und die macht das aber auch wirklich gut und auch sehr, sehr überzeugend, auch dieses innere Zerrisse und auch dann, wie es aufs große Finale zusteuert, das fand ich, wow, das war tatsächlich mal was anderes. Das muss ich echt mal vormerken, den Film. Auf jeden Fall vormerken. Ist noch ein Monat hin, bis der Anläufe, Fünfter, Zehnder, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ja. Also da, das klingt gut. Das lohnt sich wirklich. Also ich hatte wirklich, ich will jetzt nicht sagen viel Spaß, sondern ich war wirklich so ein Stück drin, weil diese Ermittlungsarbeiten, diese Art und Weise, wie es gemacht wurde, dieses teils unaufgeregte Erzählen, ganz arg vieles fand ich da richtig gemacht, handwerklich gut, kameratechnisch habe ich gerade schon erwähnt, fand ich echt gut. Und ja, er hat jetzt bei manchen Portalen jetzt nicht so die Top-Wertung, wie ich das so sehe. Klar, es ist kein Oscar-Film, es ist kein so, oh mein Gott, aber es ist ein verdammt guter Thriller, Schräg, Schräg, Krimi, der da erzählt wurde. Also da auch wirklich, ja, Lob an die Hauptdarsteller. Ich finde, hier bei Filmstarts, ich finde es ganz arg nett, da hat es der Oliver Kube geschrieben mit Schweigen der Lämmer als modernes Genre-Kino, also mehr Schweigen der Lämmer als modernes Genre-Kino und ja, ein Stück weit tatsächlich ja, aber halt auch auf eine modernere Art und mir hat es echt Spaß gemacht, mir hat es wirklich gefallen, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn der kommt, da mal einen Blick reinzuwerfen, da macht man nicht so viel falsch. Also um Längen besser als Retribution. Ja, hätten wir lieber den gehabt, auch okay, dann im Kino-Fest sind vielleicht viele Ersttäter für die Sneak. Ich habe gerade mal geschaut, was da noch so startet am 5.10., also was quasi so die Konkurrenzangebote sind, da ist Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Ach, dann bist du schon raus, ne? Ne, den sehe ich ja im September schon, ich habe schon Tickets hier in Ludwigsburg nächste Woche, da ist so eine Vorpremiere, da ist Checker Tobi auch mit da, der Tobi Grell. Genau, da freut sich mein Kleiner schon. Vielleicht noch erwähnen, Regie von... Ein Satz noch da, in den Stadtkinos ist die Vorpremiere mit Anwesenheit von Tobi Grell am 30.09. So, jetzt du. Okay. Damien Siffhorn hat Regie geführt. Der hat jetzt noch nicht so arg viel gemacht. Der hat, glaube ich, eher Drehbücher und sowas geschrieben. Ja, und fürs erste Mal für so eine größere Produktion, ey, wow. Ich mag ja solche Erstlingswerke, weil die sind meistens noch unverbraucht, siehe, was weiß ich, Clerks oder El Mariachi oder was weiß ich, den ersten Tarantino Reservoir Dogs oder so. Die haben so eine eigene Färbung, wo jemand da sich noch nicht zu sehr am Mainstream ausrichtet und das mag ich eigentlich immer ganz gern. Ich wäre auf jeden Fall da mal reingeguckt, ob ich es ins Kino schaffe. Geht da rein. Weiß ich nicht, aber vielleicht kriege ich ja einen Screener, Zwinker, Zwinker an Turbis. Dann kann ich den mal noch nachholen und vielleicht können wir den dann auch noch mal besprechen, so kurz vor Filmstart. Das ist ja immer sehr gewollt von den Filmfirmen, dass wir das dann noch mal die Welle reiten. Ja, klingt gut. Was gibt es denn punktemäßig? Ich habe ihn tatsächlich mit acht von zehn Punkten bewertet, weil ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Besser als Pilz Kroger. Boah, doppelt so gut, ja. Jetzt muss ich erst mal meinen Tab suchen hier. Ich habe zu viele Tabs auch wegen den anderen Themen. Der Tipp für die morgige Sneak Preview am 11. September in Stuttgart. Ihr habt die Wahl. Ach ja, jetzt habe ich es. Genau, es sind schon Sachen eingegangen. Ich habe getippt Die einfachen Dinge. Das ist, glaube ich, ein französischer Film, wenn ich mich recht erinnere, wo es auch so um diverse Entscheidungen geht, die man treffen muss, die sein Schicksal beeinflussen und so. Der Benjamin hat getippt Paw Patrol, der mighty Kinofilm, der neue. Das ist, weiß ich nicht, ob das ein Spaß-Tipp ist oder ob das ernst gemeint ist. Ich fände es cool. Ja, also ich habe ja so gefühlt jede Paw Patrol-Folge weiß nicht, vier oder fünf Mal geschaut, wenn du einen kleinen Jungen zu Hause hast, der dann, ja, es gab ja schon mal diesen Kinofilm, um den bin ich herumgekommen, weil jetzt guckt das irgendwie nicht mehr. Zum Glück. Aber ich kenne immer noch alle Namen. Chase und so. Naja, also Martin hat noch getippt Trauzeugen. Das ist, glaube ich, dieser deutsche Film, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, wann der anläuft. Ich dachte, der ist schon angelaufen. Aber gut, kann natürlich auch sein, weil da geht es ja, glaube ich, auch um Entscheidungen, die getroffen werden. Naja, mal schauen, was uns morgen erwartet. Ihr dürft alle gern kommen in die Stuttgarter Innenstadtkino-Sneak. Beginnt immer 20.30 Uhr, gibt es ein bisschen was zu gewinnen vorher. Und mal schauen, was uns dann erwartet. Wir reden dann an dem folgenden Sonntag über die Sneak-Preview, die wir gesehen haben. Jetzt gucken wir mal, was Neues anläuft im Kino und was so in den Charts ist. So, ich bin gerade ein bisschen lost hier. Warte mal, die Woche. Toll ich anfangen. Bei Weekend. Dann kannst du weiter lost sein. Ja, fang mal an. Ach hier, 31.3. September, oder? Das ist wirklich völlig lost. Ja, genau. Wir haben jetzt erstmal die Neustarts am 14. September, weil so weit sind wir dann auch noch nicht. Neustarts erstmal. Okay, dann mache ich erstmal Neustarts. Ach, du wolltest die Charts machen. Ja, ich habe gerade die Charts gesucht, aber gut. Ja, leg mal los. Neustarts. Wir können auch die Charts machen. Ich bin ready. Neustarts jetzt. Neustarts, okay. Neustarts. Wir haben A Haunting in Venice, ein Drama, der auch getippt wurde für gestern Abend. Schauriger Krimi-Thriller in dem Meisterdetektiv Heruclipourio, Entschuldigung, ja, ich sehe es gerade, dass er französisch ist, im Venedig der Nachkriegszeit zum dritten Mal in seinem bisher schaurigsten Fall ermittelt. Ja, Heruclipourio von Agatha Christie. Gibt sehr viele Bücher. Ja, den hatte ich tatsächlich getippt gehabt. Da hatte ich ja den Trailer auch gesehen. Ich glaube, vor Oppenheimer war das. Es sah erstaunlich gut aus, der Trailer. Aber sehr düster auch. Dann, ah, okay, jetzt haben wir die Frage beantwortet. Trauzeugen startet auch am 14.9. Die deutsche Komödie, in der zwei grundverschiedene Trauzeugen sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten zusammenraufen müssen, um die Hochzeit ihrer Freunde zu retten. Da kommt mir aber so bekannt vor, das haben wir schon mal irgendwo vorgelesen. Aber ja, Retribution startet ebenfalls, das Remake mit Liam Neeson. Ich glaube, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Das ist ein Spanissen-Actionfilm, aus dem Jahr 2015. Ach, guck mal, der Originalfilm war aus 2015. Deswegen war die Zahl irgendwie in meinem Kopf. L, L des, jetzt warte mal jetzt, ich kann das hier nicht rauskopieren, jetzt gebe ich das mal hier ein. Guck mal, was der bei IMDb hat. L des, oh, ich kann mir nicht mal das merken, wie das geschrieben wird. des, konosido, sido, el des, konosido, Anrufe unbekannt. Der hat in der IMDb auch 6,6 von 10, wie, wie der Deutsche. Ja. mit Louis Tossa und Javier Guterres und Elvira Minguez. Ey, das sieht sogar, hier läuft ja der Trailer immer bei IMDb los, das sind sogar die Einstellungen genau die gleichen. Also da war gerade die Szene, da steigen die ins Auto ein. Krass. Na, mal schauen. Und der fährt hier einen BMW X3 und nicht den, den Mercedes. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, es ist ein deutscher Film. Das ist ein Mercedes. Obwohl BMW ist ja auch deutsch. Aber BMW nehmen können, ist auch ein deutsches Auto. Stimmt. Naja. Vielleicht gibt es den irgendwo im Streaming, warte mal, ich versuche mal hier, Eldest Son of the Sea Door. Ich gebe dir mal bei, wer streamt das ein. Ah, da geht es sogar über Anrufe unbekannt. Anrufe unbekannt. Gibt es tatsächlich bei einer Plattform namens Movie Kult, bei den Prime Video Channels ist das mit drin, offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das im normalen Prime, dann mit ist. Anrufe unbekannt. Jetzt Movie Kult, sieben Tage kostenlos testen. Also, es ist offensichtlich ein Zusatzkanal von Amazon Prime, der nicht in dem normalen Prime mit drin ist. Ja, da müsste man jetzt was extra zahlen. Das geht. Ja, gut. Was läuft noch an? Fallende Blätter. Eine finnische Tragikomödie von Aki Kaos Mäki, in der zwei einsame Menschen auf der Suche nach der Liebe im nächtlichen Helsinki aufeinandertreffen. Finnland bei Nacht, da haben wir irgendwie auch Erfahrung mit. Ja, eine gute Aki Kaos Mäki, der ist eigentlich ein bekannter Filmemacher aus Finnland. 81 Minuten, das ist ein guter Sniff-Film. Das ist mal knackig, ja. Auch bekannt aus Frankreich ist Danny Boone, der eine Comedy gemacht hat, von und mit Danny Boone, nämlich voll ins Leben. Der startet auch. Den habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal getippt gehabt, weil der hat auch gepasst von den, könnte sogar auch fast passen, ihr habt die Wahl oder so, weil da geht es, glaube ich, auch um eine Frau, die zwischen zwei Männern steht oder so. Frauen in Land, ach nee, das ist ein Dokumentarfilm, das ist auch ein Dokumentarfilm, Drama, hier Tel Aviv, Beirut, über 20 Jahre hinweg erzählt das Drama um zwei Familien zur Zeit des israelisch-libanesischen Konflikts. Ja, das war es dann. Ja. Sind wir durch mit dem. Wobei, Frauen in Landschaften interessiert mich ja schon als Doku. Vier Politikerinnen aus Ostdeutschland blicken auf die aktuelle Politik und ihren bisherigen Werdegang. Okay. Okay, also der Titel weckt irgendwie andere. Hast du gedacht, es geht um Aktfotografie oder? Nein. Sagen wir mal, also Erik. Ja, es ist Kunst, es gibt hier sogar Museen dafür. Bitte. Jetzt aber Charts. Dann Charts, genau, ich gucke gerade mal. Auf Platz 10, will ich nochmal erwähnt haben, ist ein Neueinstieg, Sophia, der Tod und ich und auf Platz 8 ist Strays Neueinstieg. Aber wir fangen ja mal mit der 5 an, da ist Mac. Ich wollte gerade sagen, erwähnst du jetzt den dritten Neuensteiger auch noch? Welchen dritten? Ich sehe hier nur zwei. Siehst du noch einen dritten? Achso, der andere da oben. Okay, muss ich erst mal gucken. Jetzt will ich gerade echt überlegen. Platz 5 ist Mac 2, Mac 2, The Trench. 10 Millionen eingespielt in Deutschland. Gar nicht mal schlecht, ey. Der Erik ist so gut. Platz Nummer 4, Re-Ragout, Rendezvous. Den muss ich auch noch gucken. Der ist bestimmt, da lache ich mich wieder kaputt. So, super. Oppenheimer ist auf der 3 immer noch. Läuft auch, hält sich. Aber Barbie ist immer noch. Ja, Barbie ist immer noch vor Oppenheimer, aber Barbie ist nicht mehr auf Platz 1. Runde gestoßen von der 1, auf die 2. Barbie. Hi, Barbie. Aber, wenn du mal schaust, vom Einspielergebnis in Deutschland, sind die beiden relativ nah beieinander, weil, so wie ich mitbekommen habe, läuft Oppenheimer viel in IMAX-Kinos, wo du ja einen höheren Erlös erzielst für die Kinokarte. Und das ist teilweise noch in allen möglichen IMAX noch drin, Oppenheimer. Und könnte sein, dass der sogar noch auf das Ziel geraten, in Deutschland zumindest, die Barbie überholt, vom Einspielergebnis her. Vielleicht. Ja. Wir schauen mal. Wir haben eine neue Nummer 1, wie auch in den USA. Das war schon letztes Wochenende. Das habe ich ja schon bei der, bei der Sneaker, schon mal gesagt gehabt. Nämlich die Equalizer 3 hat es tatsächlich geschafft, sich auf Platz 1 festzusetzen. Und, das wird aber wahrscheinlich, so ein, ja, so ein Strohfeuer sein. Das ist jetzt mal auf 1 und nächste Woche, irgendwie Platz 5, weil viele halt gesagt haben, boah, den muss ich jetzt unbedingt sehen und die haben da voll Bock drauf gehabt. Das kenne ich auch welche, die gesagt haben, boah, geil, wenn der so wird wie die anderen, dann, boah, muss ich da rein. Waren da auch schon drin, deswegen, ja. Ja, denn, ich glaube, das ist so, ja, die viele gehen da rein, aber der hat jetzt nicht so diesen Effekt, dass dann so die zweite Woche noch mal befeuert wird, wie jetzt bei anderen, wie bei Barbie oder Oppenheimer oder so oder Mac 2, dass dann quasi die Mundpropaganda zündet und sagt, ja, da musst du den, musst du gesehen haben im Kino, sondern ich denke mal, da werden viele Fans reingehen und dann wird das relativ schnell abäppen. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder Barbie auf der 1 sehen, weil ich glaube, bei den Neustarts war jetzt nichts dabei, wo ich glaube, dass es gleich auf 1 durch, aber du hattest doch einen Tipp mit diesem Big Fat Greek Wedding 2 oder so, war das nicht irgendwie? Ja. Deine Prognose, wo ist denn das gelandet? Ist gleich drin. Ist das dieser, der auf Englisch heißt Serial Bad Weddings 3, Platz 22? Und dann ja. Läuft, ne? Ich bin auch immer so schlecht bei solchen Tits. Ich habe ja auch gesagt, Barbie wird bestimmt ein Riesenflop. Ja, aber, nee, Serial Bad Weddings 3 ist was anderes. Ist das nicht das? Okay, aber ist der nicht neu gestartet jetzt? Wir hatten das doch letzte Woche, kann das nicht sein? Hm. Na, mal schauen. Obwohl, also, ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal weiter, du kannst ja das noch recherchieren nebenbei. Ich stelle erstmal unsere Rezensionsdisk, Überflieger, die über, ne, Überflieger nur, Überflieger, Doppelpunkt, das Geheimnis des großen Juwels. Ich muss, hier, Monsieur Claude und sein großes Fest, kennst du den? Ach, das ist das. Was auf Englisch? Ja, Serial Bad Weddings 3. okay. Also, Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels. Es gibt ja bei diesen Überfliegerfilmen, gibt es ja einen ziemlichen, ziemlichen Wirrwarr, was die Titel angeht. Also, der heißt, der Originaltitel ist Richard the Stork, also Richard der Storch. In manchen deutschsprachigen Ländern wie der Schweiz und Österreich heißt er auch Richard der Storch, der Film. In Deutschland, also, ich rede jetzt gerade vom ersten Teil, in Deutschland hieß der erste Teil Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper. Und jetzt mit dem zweiten Teil ist wieder genau so ein Wirrwarr an Titeln. Der heißt natürlich im Original Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel und heißt halt im Deutschen, weil den Richard, den Storch, den konnten sie halt jetzt nicht mehr nehmen, weil sie den ersten Teil schon Überflieger genannt haben. Da heißt jetzt Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels. Also sind sie noch relativ nah dran geblieben am Originaltitel. Ist ja wieder eine, quasi eine europäische, nee, sogar eine internationale Co-Produktion als Animationsfilm. Also hat, glaube ich, sogar USA mitproduziert und diverse andere Länder, europäische Länder natürlich auch. Und ja, worum geht's da? Also wir erinnern uns, Chris, Teil 1 ist bei dir bestimmt noch total präsent. Ich hab den, ich hab den ja gesehen, ihr bestimmt nicht, oder? Mega, mega. Also in Teil 1 ging's ja darum, Teil 1 ging's ja darum, dass der kleine, der kleine Spatz, ähm, Richard, der, der war ein bisschen irgendwie verloren, wenn ich mich da recht erinnere. Und alle seine Freunde sind nach Afrika geflogen. Also er hat so ein, so ein, so ein Storchenfreund, der, der dann immer weggeflogen ist in Süden und er musste halt zu Hause bleiben. Und genau, er wollte dann halt mitfliegen nach, nach Süden. Und das ist aber ja für so einen kleinen Spatz viel zu weit, der ist ja kein, kein Zugvogel. Und er ist dann, ach genau, er ist dann, glaube ich, auch von der Storchenfamilie aufgezogen worden, weil er war ein Findelkind, genau. Und genau, seine, seine Familie mit seinem, in Anführungszeichen, Bruder, Storchenbruder, die sind halt, haben sich nach Süden aufgemacht und er sollte halt zurückbleiben, weil er das nicht kann. Und dann hat er halt trotzdem versucht, diese Strecke zurückzulegen. Und das ist dann halt so eine Art Roadtrip nach, nach Süden und was er da so erlebt. Hier im zweiten Teil geht es darum, sie sind jetzt im, im Süden. Das heißt, genauer gesagt, ähm, ich schätze mal, das ist irgendwo Marokko, weil es fühlt sich sehr nach Marokko an. Ähm, zumindest Nordafrika. Ähm, ich, würde es Marokko verorten, so von, von den, von den Städten her, die da so gezeigt werden. Und, äh, es ist dann schon so, dass der Winter langsam wieder vorbei ist. Das heißt, die Störche wollen sich schon wieder aufmachen auf den Weg zurück. Und, es gibt dann ein, eine Art Casting, äh, für eine neue Praktikantenrolle, wer quasi diese Storchen, wie, wie heißt das, wenn so, wenn die so in so einer Formation fliegen, wer da so, wie heißt das? Die V-Formation? Ist ja kein Rudel, nee, ist ja kein Rudel, wie heißt denn das bei Bestörchen? Also der Schwarm, der Schwarm, genau, das habe ich gerade gesucht. Also der Schwarmvögel, da gibt es ja immer einen, der vorne wegfliegt, der die anführt, der quasi die Richtung vorgibt und so. Und da gibt es halt, machen die ein Casting dort, weil die, die es bisher gemacht haben, die werden das nicht mehr ewig machen. Und, ähm, dann bewirbt sich oder lernt auch der kleine Spatz dafür, für diese, was man da alles wissen muss, ne, navigieren und so weiter und die, die Leute auf Kurs halten. Und der, sein Bruder, der, der richtige, in Anführungszeichen, richtige Storch, lernt dafür auch, aber nicht so richtig, der ist so eher das Lecker. Und, ja, dann gibt es halt dieses Casting, was sie dann machen und der kleine Spatz wird es leider nicht dieser Praktikant, sondern sein, sein Bruder soll das werden. und da ist er ziemlich pisst und haut ab und, äh, fliegt so ein bisschen durch die Wüste und kommt dann auch in so eine kleine, so eine kleine Stadt rein und in dieser Stadt gibt es eine ganz eigene Hierarchie, da gibt es so ein, so eine Art Kingpin-Vogel, der, so ein Pfau, der hat die alle unterjocht, die anderen, da gibt es dann solche Geier, die ihm zu Diensten stehen und da gibt es dann auch so, so einen kleinen Spatzenschwarm, der immer auf der Suche ist nach irgendwelchen Juwelen, die sollen ihm halt irgendwie dieses eine Juwel bringen und, ja, sie sind dann halt in der Stadt immer unterwegs auf den ganzen Märkten, die im arabischen Raum ja, kennt man ja so, diese ganzen bunten Märkte und da versuchen sie halt immer diese Juwelen, irgendwelche Juwelen zu stehlen und ihm zu bringen, ob das nun das Juwel ist und er sagt jedes Mal nein und deswegen bringt er sie nicht um, sondern sie sollen halt noch weiter und ihm wirklich das Juwel bringen und darum geht es halt, was steckt dahinter und als er dann in die Stadt kommt, muss er denen halt auch mithelfen und die anderen, seinen Storchenschwarm, die machen sich auf der Suche nach ihm, als sie dann feststellen, dass er weg ist und versuchen ihn dann zu finden. Das ist halt, ich würde noch nicht mal sagen, es ist ein schöner Film für Kinder, weil da sind teilweise so Sachen drin, wenn er sich mit seinem Bruder, den er im ersten Teil, wo die sich eigentlich immer gut verstanden haben und alles, es sind halt immer so Zickereien drin, die ich irgendwie blöd finde, wo die sich dann so gegenseitig, weißt du, du denkst, das sind gute Freunde und dann ist irgendwie so ein kleines Ding und keiner gönnt was irgendeinem anderen und so, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn solche Messages da transportiert werden, gerade solchen Kinderfilmen und dann hat er wieder so diese typischen Mechaniken, so einer geht verloren und die anderen suchen den, das ist ja bei Toy Story so, da geht ein Spielzeug verloren, alle sind auf der Suche, bei Toy Story 2 ist es so, da geht ein was verloren, alle sind auf der Suche, das sind so diese typischen Kinderfilm-Mechaniken, die da greifen und ja, dann so die Sache mit den Eltern und so und diese Bullies, okay, das war noch eine Geschichte, die ich ganz okay fand, von der Erzählung her, wie es gemacht ist, aber diese ganzen Drumherum-Geschichten und auch, ja, das dann auch gestohlen wird, die stehlen halt dann immer irgendwie Juwelen, es waren so viele Sachen, wo ich drin, ach nee, das ist eigentlich in einem Kinderfilm, finde ich das nicht so ganz in Ordnung, das so zu zeigen, solche Themen und es ist natürlich niedlich gemacht und ja, ich weiß nicht, also für mich war das definitiv nichts, meinem Kleinen hat es auch nicht besonders gefallen, er wollte dann sogar zwischendrin was anderes gucken und wir haben es dann aber durchgezogen, ja, Rezensionsdisk, ich weiß nicht, ob es diesen zweiten Teil gebraucht hat, den ersten fand man, glaube ich, ganz nett, ich müsste jetzt selber mal noch zurückspulen und mal suchen auf der eigenen Webseite, was ich da für Punkte gegeben habe, aber hier, der neue Überflieger des Geheimnisses des großen Juwels, ja, der kann jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ich gebe da auch mal so fünf Punkte, also es ist durchschnittlich und es ist gerade, wenn man so sieht, was andere produzieren, hier irgendwelche Disney-Filme und da ist wesentlich mehr Liebe drin und gerade bei so einer großen internationalen Co-Produktion, da könnte ich schon erwarten, dass da vielleicht auch mal gute Drehbuchschreiber drin sind, die sowas können, aber, ja, der hat mir leider nicht so gefallen, aber es ist natürlich niedlich anzusehen, wer vielleicht ganz kleine Kinder hat, die einfach nur ein bisschen, irgendwie, ja, die sich freuen, wenn da irgendwelche bunten Vögelchen rumhüpfen und da ein bisschen Musik und irgendwie fliegen und lustige Sachen machen, da sind halt auch immer so Slapstick-Sachen drin mit irgendwelchen Tauben, die dann auf irgendwelchen Leitungen sitzen und dann so quasi electrocuted werden, weil da Strom durchfließt und dann, ja, wer vielleicht so ganz kleine Kinder hat, die noch nicht so sehr auf die Story achten, da mag das vielleicht ganz nett sein, vielleicht sind wir auch schon, also ich ja sowieso, aber vielleicht ist mein Kleiner mit elf Jahren auch schon irgendwie zu groß für sowas. Deswegen, fünf Punkte, eine bedingte Empfehlung und lege ich das mal zur Seite. Ja. Dann gehen wir mal zu was, was eher was für Erwachsene ist, denke ich mal, nämlich die Serien. Serien. Du hast Ahsoka reingeschrieben. Ja. Müssen wir gleich einen Spoiler-Text setzen, oder? Besser, ja? Ne, jetzt wollte ich eigentlich nur relativ ganz kurz machen. Ich wollte mich fragen, wie es dir gefallen hat, die neueste Folge, die Folge 4. Ich fand die an sich, ja, weiß nicht, mal ein bisschen langsam und dann das Ende, was ich jetzt nicht sagen darf, das fand ich wiederum richtig gut. Und das ist genau der Punkt, weil du hast halt Rebels nicht gesehen, ne? Ja, das stimmt. Ja, und das, ich kann nur sagen, ich saß da und hab's extremst gefeiert, weil ich weiß, worum es da gerade geht. Kate, die die Rebels nachgeholt hat, hat's extrem gefeiert. Und deswegen, ich kann's wirklich allen hier nochmal an der Stelle empfehlen, schaut Star Wars Rebels, auch wenn es eine Animationsserie ist und man sagt, das ist was für Kinder. Nein, ist es tatsächlich nicht. Das ist, teilweise geht das so ab und erklärt so vieles und macht wirklich Spaß. Man kann das wirklich auch durchsuchten. Deswegen, ich kann's nur empfehlen, das anzuschauen, dann versteht man viel mehr, worum es auch bei Ahsoka geht und ich fand's richtig, richtig stark und richtig gut. Es muss aber auch so funktionieren, für die, die es nicht gesehen haben. Ja, ja, aber du verstehst es halt deutlicher. Ja, das ist wie immer bei solchen Sachen. Ich weiß, dass es eher eine Serie ist, die sich an Erwachsenen richtet, das weiß ich schon, aber es hat mich halt nicht gehuckt. Es gab's halt, ich hab's ewig weit geschaut und hab dann irgendwann, ähm, hab ich dann halt... Moment, hast du, hast du, äh, Clone Wars oder? Ja, Clone Wars hab ich auch geschaut, bei Rebels hab ich auch versucht, aber das ist halt, die Story hat mich halt nie so richtig reingezogen, hab ich's dann irgendwann ausgemacht, ne? Tja. Hm. Ist halt so. Kann man dir auch nicht helfen, ne? Ja, kann man, mir ist nichts zu helfen, ne, was das angeht. Bei mir müssen die Sachen so funktionieren. Ja, nee, aber auf jeden Fall Top, Top-Serie, ähm, sehr gut produziert und gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, insgesamt. Absolut. Das Ende war natürlich der Hammer. Wir hatten ja am, wann war's? Am Mittwoch, genau, am Mittwoch, ähm, da hat sich ein Kollege bei uns verabschiedet, da war noch abends eine kleine, ja, der hat uns eingeladen noch in so ein Restaurant und deswegen konnte ich da Ahsoka nicht gucken und ich hab schon mit, mit einer Kollegin, die das auch immer schaut, hab ich schon gelegt, ja, scheiße, jetzt hier Spoiler-Gefahr und so und, äh, wenn ich das jetzt morgen vor der Arbeit kann, schaff ich's nicht und dann, da muss ich quasi morgen Social Media meiden eventuell und ich hab dann wirklich nach der Festivität, hab ich das in der Nacht noch geguckt, weil ich dachte, okay, jegliche Spoiler vermeiden dann Donnerstag und, genau, ich hab dann, wo ich die Kollegin dann zum Mittagessen getroffen habe, hab ich ihr gesagt, ich hab Ahsoka schon, naja, halt ja, deine Klappe. Hab ich gesagt, ich hab's gestern gleich geschaut, so. Einmal schauen, ich hab sie gar nicht danach nochmal gesehen, nachdem sie's gesehen hat, wie sie's fand, hm, werd ich mal machen. Ja. Hast du eigentlich, wenn wir jetzt grad hier bei Weltraum und so sind, hast du bei Starfield mal reingeschaut, jetzt ist ja auch für dich und ich hab tatsächlich bei Starfield reingeschaut, war natürlich heillos überfordert zu Beginn. Ging mir auch so. Es saß dann plötzlich in einem Raumschiff mehr oder weniger, also ich hab, ganz zu Beginn, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin rumgelaufen und ich so, oh cool, ne Waffe, die nehm ich auf jeden Fall mal mit, was eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und, und, dann saß ich plötzlich im Raumschiff und ich hab viel zu viel Zeug schon eingesammelt und ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Im Raumschiff hast du deine Lagerbox. Wenn du aufstehst von deinem Pilotensessel, du gehst zwei, drei Schritte und wenn du von da aus läufst, ist es auf der rechten Seite. Es sieht aus wie eine Computerkonsole. Da ist dein Raumschifflager. Aber du musst sehr aufpassen. Das ist nicht wie bei Fallout. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt mit dem Lagern. Das heißt, wenn du R drückst, das ist, glaube ich, für Lagern, dann zeigt er dir erstmal den Bestand deines Raumschifflagers. Das heißt, wenn du dann was klickst, nimmst du es rüber zu dir, sondern du musst, glaube ich, auf Q drücken. Das ist dein eigenes. Ja, genau, Q drücken. Das habe ich gemerkt bei meinem, aber ich gehe es ja ganz langsam. Ich lese ja, was da steht und mache nichts irgendwie aus Muscle Memory raus bei ein neues Spiel und so. Mir passiert es leider automatisch, dass ich irgendwas drücke und dann, hä? Ja, das ist deswegen. Aber es sah schon mal sehr, sehr gut aus. Also ich bin gespannt. Also ich bin ja jetzt, wie viel habe ich jetzt, ich bin ja nicht so der Hardcore, also manche, die sind ja da ewig drin hier. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 oder 18 Spielstunden oder sowas und es wird einfach immer besser. Es wird immer besser. Ich bin jetzt gerade gestern, bevor wir den Besuch hatten, habe ich ein bisschen gespielt und ich bin einfach auf dem einen Planeten nur rumgelaufen und habe einfach nur mit dem Scanner, siehst du ja, wenn irgendwo in der Nähe was ist, was du noch nicht entdeckt hast. Ich bin da einfach nur rumgelaufen und habe Sachen gefunden. Ich habe ein Raumschiff gefunden und so. Da war eine blöde Szene. Da habe ich, da war es plötzlich, stand da ein Raumschiff und so. Ich so, cool, ein Raumschiff, was kann ich da jetzt machen? War niemand in der Nähe. Ich bin reingegangen in das Raumschiff, dann stand schon da, ja, wollen sie das jetzt hier irgendwie was machen? Und plötzlich ist das Raumschiff gestartet und ich, plötzlich ist es abgebrochen, hat neu geladen, meinen letzten Spielstand und ich so, hä, was war das jetzt? Ich bin da nochmal hin und beim nächsten Mal waren um das Raumschiff rum aber irgendwelche, ich nenne sie mal Raider, die ich dann bekämpft habe und dann ist das Raumschiff während der Kämpfe einfach gestartet. Das heißt, es war einfach so gedacht, dass es selber startet irgendwann und also, dass du das nicht kriegen kannst und ja, lustige Sachen und dann halt Spannend. Irgendwelche Anlagen, die du da findest und so. Ich habe auch so ein, auf meinem Instagram habe ich ja so ein Bild gepostet, wo sie so ein Mecha, so eine Mecha-Fabrik, wo sie Mechas bauen. Ey, ist das nicht alles geil? Und dann, ich bin da einfach nur rumgelaufen, du kannst ja die Planeten, kannst ja diese Flora und Fauna analysieren mit dem Scanner und habe ich einfach versucht, alles 100% zu machen. Wie wähle ich denn diesen Scanner aus? F. F, okay. Wieder was gehört? Einfach F und dann hast du den Scanner und wenn du den Scanner, also wie wenn du Sachen abbaust, das hast du glaube ich in der allerersten, in Anführungszeichen, Mission, wo du in diesem Bergwerk bist, wo du irgendwelche, irgendwelches Gold abbauen sollst, da, da machst du auch F, dann leuchtet das so und dann kannst du mit dem, mit dem Laser diesen, diese Sachen da abbauen und das hast du dann halt auch, wenn du das aktivierst, siehst du halt, was da in der Nähe ist. Wenn das so bläulich leuchtet, ist es was, was du noch nicht gescannt hast. Okay. Zum Beispiel irgendwelche Tiere oder Pflanzen und wenn du, wenn es grün ist, hast du da schon alle, du musst glaube ich fünf, am meisten Planeten musst du fünf Flora, fünf Fauna Sachen scannen und dann gibt es halt auch immer noch irgendwelche, Anführungszeichen, Sehenswürdigkeiten auf dem Planeten oder irgendwelche Sachen zu entdecken und ja, da findest du halt, hab ich dann irgendwie so einen verlassenen Radarturm oder sowas, da bin ich da hoch und da war oben eine Kiste, da habe ich so ein drei Sterne legendäres Ding gefunden, voll geil und dann halt wirklich immer wieder zurück nach, nach, nach Dings hier in deine, wo die große Stadt ist, auf dem Landepad ist ja dieser Verkaufsautomat, da kannst du wirklich verkaufen, immer wenn du überladen bist, du kannst auch aus dem Schiff, aus dem Schiffslager direkt verkaufen, du musst also nicht aus dem Schiffslager zu dir nehmen, rauslaufen und verkaufen, sondern kannst dann gleich, gerade so, was mir zum Beispiel geht, so diese Anzüge und sowas, da findest du manchmal welche, die sind zigtausende wert, aber ich habe halt einen, der ist drei Sterne legendär schon, der hat so coole Perks und da brauche ich die anderen nie und da, ich bin das schon nahe dran, ich überlege schon, ich habe schon genug Geld, dass ich mir ein neues Raumschiff kaufen könnte, ich bin schon am Überlegen, naja, ich bin voll drin, ich bin noch gar nicht so weit in der eigentlichen Story, ich mache halt immer so irgendwelche Nebenquests, das habe ich ja bei Faller denke ich auch mal ganz gern gemacht, aber auf dem Planeten habe ich irgendwo, da war so eine geologische Sehenswürdigkeit, da war plötzlich ein Überlebender, der ist angegriffen worden und den musste ich dann zu seinem Raumschiff eskortieren und da habe ich übelst viel Credits gekriegt dafür, weil das war auch echt ein langer Trip, da musste ich den beschützen und so und dann habe ich da auch noch einen Drei-Sterne-Legendären-Anzug gekriegt und alles und es macht total Spaß. Schön. Und dann ist ja dann so, wenn du Sternenreisen machen willst, dann musst du, wenn der am Anfang, dein erstes Raumschiff kann noch nicht so weit springen, dann musst du quasi von Planet zu Planet so die, die so verbinden, wie beim, wie beim Misthaufen fahren auf Papier, weißt du, wenn du so die Punkte miteinander verbindest und da musst du halt die Planeten vorher schon entdeckt haben, du musst da zumindest einmal hingeflogen sein und deswegen ist auch immer ganz nett, entdeckst du dann irgendwelche anderen Planeten auf dem Weg dahin und das ist einfach richtig toll. Ich bin jetzt nicht so der stringente Durchspieler, sondern ich verheddere mich da gerade so ein bisschen in den Nebenmissionen, aber es macht voll Spaß. Ist das voll okay. Ich habe jetzt auch schon so eine Riesenstadt entdeckt auf einem anderen Planeten, wo ich, da gab es Tausende von Zusatzmissionen, da habe ich aber erst mal, bin ich erst mal wieder weggereist, sonst hätte ich mich da jahrelang drin verzettelt. Aber da habe ich eine geile Waffe bekommen, so eine Art 44er Magnum, wie Sledgehammer damals hatte. Das heißt dann auch immer irgendwie erdzeitige Waffe. Da ist quasi, sind die Waffen, die wir jetzt kennen, da gibt es erdzeitig diese Magnum, dann gibt es eine Kalaschnikow erdzeitig und dann gibt es ein Jagdgewehr erdzeitig und dann gibt es halt diese ganzen spacigen Waffen. Ja, ist voll krass. Also kurz gesagt, Starfield extrem empfehlenswert von mir immer noch. Es zieht mich immer mehr rein und ich finde es auch gut, dass es nicht diese Online-Komponente hat, dass man immer das Gefühl hat, man verpasst irgendwas, wie es bei Fallout war. Wenn man jetzt gerade nicht online ist, wenn man denkt, ah, vielleicht ist irgendjemand online, mit dem ich eine Quest habe. Ja, wobei, also das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen jetzt gefehlt hat, muss ich auch mal sagen. Ich finde es besser, dass sie so ein gutes Spiel abgeliefert haben, weil mit Fallout haben sie sich ja ein bisschen in den Nesseln gesetzt am Anfang. Ja, aber das ist halt dadurch, dass es so unglaublich groß eben ist, aber ja. Vielleicht machen sie es noch. Also es war ja damals auch, glaube ich, bei No Man's Sky, da hieß es ja am Anfang auch, ja, du kannst da auch andere treffen im Spiel, aber es ist halt so riesig, dass du dich da kaum, dass du dir da kaum begegnest und letzten Endes war es aber so, es hat überhaupt nicht funktioniert. deswegen haben viele gedacht so, okay, ja, vielleicht treffe ich nur einfach niemanden. Nee, es ging einfach nicht. Und jetzt mittlerweile haben sie es ja auch drin, haben sie diese Online-Komponente mit drin, dass du andere treffen kannst. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann, dass du anderen begegnen kannst, wobei du dann, da sollten sie aber das Thema PvP wirklich ausmachen, sonst. Oder werbe nur realistisch, also dass du jemanden anderen über den Haufen schießen kannst. Oder halt wie bei Fallout 76, dass du das dann einschalten oder ausschalten kannst, wenn du sagst, okay, ich hab da Bock drauf. Aber es macht schon extrem, extrem Laune, wenn man da auch mal das Thema mit den Raumkämpfen richtig raus hat, wie das funktioniert. Und das, ja, ich hab schon wieder Lust jetzt gerade zu spielen. Ich bin ja heute nicht dran mit kochen, das heißt, ich kann dann eigentlich nach der Aufnahme gleich mal loslegen. Okay, ich hab noch eine kleine News. News. Guter Freund von mir, der Raiko aus Hamburg, der hat ja einen Podcast, der heißt Nachtzug nach Hamburg. Habe ich, glaube ich, ab und zu mal schon erwähnt, hier im Podcast. Und der macht ja schon viel, viel länger Podcasts als wir alle zusammen. Der ist jetzt gerade schon bei Episode, was hat er hier, 2069. Und er hat immer so einen kurzen, wo er so ein bisschen aus seinem Reiseleben berichtet. Also er fährt nicht nur Zug, keine Angst, sondern er berichtet da alles Mögliche, Politik, Wissenschaft, neue Gadgets. Früher hatte man neue Gadgets, wenn irgendwas Neues rauskam. Und ja, und er hatte mal jetzt letztens in seiner Folge 2066, also vor drei Folgen, hatte er eine kurze Episode, wo er in Finnland war, beruflich, und hat dort als Leihwagen ein Elektroauto bekommen. Und das hat leider überhaupt nicht so gut funktioniert, wie er sich's dachte. Und deswegen hat er das in Folge 2067 und 2068 auch nochmal aufgegriffen. Und er hat da sehr viel Shitstorm geerntet dafür, weil er natürlich, dadurch, dass er ja auch jetzt kein E-Autofahrer ist, er hat auch als Dienstwagen hier in Deutschland kein Elektroauto und das war halt für ihn alles neu. Da hat er halt ein bisschen Sachen vielleicht, ja, nicht mit der Erfahrung eines Elektroautofahrers berichtet. Und deswegen hab ich ihn da mal ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wir haben quasi, sonst war sein Podcast immer, dass er nur alleine erzählt. Das waren am meisten so 10-Minuten-Bits. Und das ist jetzt quasi sein erster oder erster richtiger Podcast, wo er mit jemandem in der Ferne ein Interview oder ein Gespräch geführt hat, so wie wir es auch gerade hier im Kinocast machen. Hat er noch nie gemacht, so in der Art. Wenn er mal einen Gast hatte in der Sendung oder einen weiblichen Gast, dann saßen die meistens an einem Mikrofon in einem Zimmer. Hat er auch schon gemacht, aber so aus der Ferne war das neu. Und da hab ich halt als doch etwas erfahrener im Thema Elektromobilität hab ich ihm quasi so als Sparringspartner mal zur Verfügung gestanden, damit er mal ein paar Fragen loswerden konnte und damit er vielleicht auch ein paar Fragen aus seiner Community mal aufgreifen für das Thema und vielleicht auch ein paar falsche, Falschdarstellungen, die so sich eingebrannt haben. mal ein bisschen auflösen, was es da alles so gibt und könnt ihr gerne mal reinhören. Ich werde es mal heute verlinken, das ist seine Episode wie gesagt 2069, geht nur eine halbe Stunde. Da reden wir mal ein bisschen über das Thema Elektromobilität und genau. Jetzt sind wir soweit durch. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik-Tipps für euch, damit ihr neue Songs habt zum Hören, die auf unserer Playlist landen. Ich glaube, irgendwann mache ich mal unsere ganzen Trenner neu, die haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile, wenn ich mal Bock habe. Aber den Music bitte beibehalten, den mag ich. Wenn, dann wollte ich eigentlich gerade so diesen ganzen Sound, diese ganzen Sound-Bits mal wieder ein bisschen mehr vereinheitlichen. Vielleicht findest du ja jemanden, der das für uns ganz cool einspricht, so wie jetzt zuletzt auch einfach. Nee, die Einsprechersachen habe ich ja noch, vielleicht frage ich ihn einfach, ob er das auch noch mit einspricht und dann mache ich mal diese ganzen Sound-Betten nochmal neu, die Jingles. Mal schauen. Songs, was hast du denn rausgesucht? Ich habe passend auch wieder zu, dass wir in der Sneak ein Remake hatten, aber auch ein Remake von einem Song, in dem Fall den Song Sky, diesmal in der Version von Ava Crown, Irvis und Joe Cox, der am Freitag erst rauskam. Ganz, ganz brandneuer Song noch. Und ich finde es ganz cool. Gefällt mir immer wieder. Ist so, ja. Für die letzten Beats des Sommers ist der ganz gut. Playlist hinzufügen, Kinocast Songs, okay, ist passiert. Ich werde mal reinhauen, sagt mir nämlich gerade noch gar nichts. Ja, ist nix für dich. Nee? Okay. Nee. Ich packe auch was drauf. Das ist definitiv kein Remake, sondern von Garden of Delight packe ich drauf. The Old Man Song, das passt eher zu mir. So, ist drauf. Jetzt gerade gelandet auf unserer Playlist Kinocast Songs. Dürft ihr alle gerne abonnieren. Haben auch schon einige getan. Habt auch eine ganz bunte Mischung hier aus allen möglichen Songs. Und ja, bin ich mal gespannt, was uns dann morgen in der Sneak Preview in den Stuttgarter Innenstadtkinos dann erwartet. Und mal schauen, was wir dann nächste Woche, ich hab irgendwas Leuten hören, dass wir vielleicht nächste Woche über One Piece, über die Serie sprechen. Ja. Mal schauen, mal schauen, ob das klappt. Genau. Und du gehst jetzt zur VfB-Mitgliederversammlung oder wie ist das? Wahrscheinlich nicht. Nachdem du jetzt den Zug angemalt hast, kannst du jetzt... Ja, nee, meine Sprayerzeit ist vorbei. Das war früher mal. Ich hab jetzt nicht mehr so viel Bock vor der Polizei wegzurennen. Das ist ja verjährt, das kann ich da sagen. Aber das ist ewig lang her. Ja, nee. Nee, nicht mehr. Okay, also, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen, genießt die Zeit, geht ins Kino. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.